Ja, hallo. Hier sehen wir die Burg Querfurt, mitten gelegen im Saale-Kreis. Die Burg ist über 1000 Jahre alt, aus der Otonenzeit. Wir befinden uns hier ja in der Kaiserpfalz. Und dieses Wahrzeichen der Stadt Querfurt hat schon viele Menschen aus nah und fern hergelockt. Und das ist natürlich auch ein Wahrzeichen, worauf die Querfurterinnen und Querfurter sehr stolz sind und sein können. Von Feldern umgeben, quasi schon häufig Filmkulisse für viele Filme. Und ich glaube, dass genau dieses Thema der touristischen Aufwertung des Ortes ist das Thema, was uns Liberale auch interessiert und was wir noch stärker für den Ort Querfurt herausbringen wollen. Neben den anderen Themen, die selbstverständlich wie Industrie und Handel und Landwirtschaft für die Stadt Querfurt und die Umgebung sehr wichtig sind. Vielen Dank.